Jetzt den zweiten Teil der Rede von Hausarzt Dr. Med. Gunter Frank auf der Demo der offenen Gesellschaft Kurpfahls. Großen Applaus für Dr. Med. Gunter Frank. Ja, der Arzt, den die Frauen vertrauen, wie war das? Stefan Frank. Ich werde nur verhauen. Ich bin der kleine Bruder. Nein, man weiß gar nicht, wo man anfangen soll. Also nochmal das Thema Verhältnismäßigkeit. Wenn wir über Impfungen sprechen, über die ganzen Maßnahmen, dann steht und fällt alles mit der Annahme einer nationalen, einer epidemischen Lage nationaler Tragweite. Und die gab es nie. Und wenn man jetzt sich mal klar macht, dass die Intensivbettgeschichten, dass eine Verknappung, nicht mal diese Verknappung war, eigentlich außergewöhnlich. Aber selbst da wurde betrogen, indem eben Krankenhäuser zu wenig Betten gemeldet haben, weil im neuen Infektionsschutzgesetz, in der neuen Fassung im November 2020, quasi der Zuschuss der Gelder gekoppelt war an eine Intensivbettbelegung von 75 Prozent in den Krankenhäusern. Und wenn da zu viele Betten frei waren, um diese 75 Prozent darzustellen, wurden die einfach nicht weiter gemeldet. Und da verschwanden plötzlich 4.000, 5.000 Intensivbetten. Und das war mit auch ein offizieller Grund, dann zu sagen, wir machen den nächsten Lockdown. Das muss man sich mal wirklich vorstellen. Und es ist ja nicht so, dass das Covid-Idioten oder Querdenker oder sonst jemand, der gerade in die Ecke gestellt wird, sagt, sondern das sagt der Bundesrechnungshof. Der Bundesrechnungshof. Hätten wir noch eine offene Debatte in der Gesellschaft, eine funktionierende Presselandschaft, dann wäre das der Skandal des Jahres. Das heißt, nichts. So, und also auch, dass die Impfung bedingt zugelassen wird, hängt auch an diesem Umstand, dass hier eine Krankheit inszeniert wird, die für den Einzelnen, haben wir schon gesagt, schwerwiegend sein kann, aber niemals eine besondere Gefahr für die Gesellschaft darstellt. Und wenn diese Epidemie wirklich die Killersäuche wäre, das würde bedeuten, wir alle würden Menschen kennen, die an Covid gestorben sind, die schwer erkrankt waren, die unter 80 waren. Wir alle hätten gesehen, dass Menschen auf den Straßen liegen, dass Ersatzlazarette gegründet werden müssen, Turnhallen voll sind. Wenn das der Fall wäre, dann wäre diese Impfung, jetzt mache ich mich vielleicht unbeliebt, eine große Leistung. Weil, das ging unter, weil alles, was Trump machte, ist ja schlecht, aber das war tatsächlich Trump gewesen, der Anfang 2019 die Pharma-Chefs zu sich ins Weiße Haus geladen hat und gesagt hat, hier sind 18 Milliarden Dollar, macht, schafft so schnell wie möglich einen Impfstoff, gibt es Probleme, call me, I will take care of it. Also, und dass das so schnell gelungen ist, etwas aus dem Boden zu stampfen, ist eine Leistung. Und wenn wir diese Killersäuche hätten, wäre diese Impfung absolut gerechtfertigt. Nicht gerechtfertigt wäre, dass wir natürlich die Nebenwirkungen nicht wirklich lege artis, sprich mit gut gemachten Kohortenstudien feststellen, dass wir die Impftoten nicht obduzieren, das ist alles nicht korrekt. Aber ich will das nochmal sagen, nur, die Voraussetzung dafür war nie da. Und deswegen ist die bedingte Zulassung, hätte die nie gegeben werden dürfen. Man kann noch darüber streiten, ob man sie für Risikogruppen hätte zulassen können, aber das Blöde ist, dass wie bei der Grippeimpfung auch, bei Leuten mit geschwächten Immunsystemen wirkt auch so eine Impfung schlechter. Das ist das Problem. Aber sie außerhalb der Risikogruppen zuzulassen, halte ich für ethisch absolut nicht verantwortbar. Aber sie über Kinderimpfungen, also das ist so ein einmaliger Vorgang. Ich kenne die STIKO, seit ich Arzt bin. Die STIKO ist industriefreundlich bis hinter die Ohren. Und dennoch, ich bin Impffan. Diphterie gibt es heute nicht mehr. Gab es in den 60er Jahren, sind die Kinder massenweise in der Schule, nicht massenweise Quatsch, aber immer wieder in den Klassen gestorben. Ob das jetzt an besserer Hygiene liegt oder an der Impfung, sei dahingestellt. Aber ich habe nichts gegen Impfungen, im Gegenteil. Nur, wenn die STIKO sagt, wir können das nicht empfehlen, dann hat es verdammt gute Gründe. Und sich darüber hinwegzusetzen, das ist ein, also es gibt ja so viele Skandale, aber das ist wirklich, es sind schon so viele rote Linien überschritten worden, aber das ist die röteste von allen. Also das geht gar nicht. Und da muss man sich wirklich, wirklich schämen. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wenn das alles so klar ist, warum geht es immer weiter? Warum hört es nicht auf? Warum sind die Leute immer noch in Panik und glauben der, es ist eine Propaganda? Sorry, FAZ, Spiegel, ARD, ZDF, ihr verbreitet Politpropaganda. Es ist nichts anderes. Warum machen wir das noch mit als Gesellschaft? Ich versuche Ihnen jetzt mal meine Idee zu erklären, was da gerade eigentlich läuft. Es gibt ja viele Erklärungsmöglichkeiten. Es gibt Leute, die haben gute Argumente zu sagen, das ist ein Plan, der wurde schon lange erdacht und wurde umgesetzt. Da muss ich sagen, also wenn das sich jemand ausgedacht hat und wenn das dann auch wirklich so funktioniert, dann würde ich fast sagen Hut ab. Weil, also Sie wissen ja, der Plan ersetzt den, wie heißt das, den Zufall durch den Irrtum. Also das kann ich mir nicht vorstellen, das ist zu komplex. Aber was macht das denn eigentlich? Was passiert gerade? Warum werden Menschen so aggressiv gegen jemanden, der keine Maske trägt? Oder vielleicht sagt, mit dem Impfen will ich noch abwarten. Ich erkläre Ihnen etwas, das nennen die Evolutionssoziologen den Gruppenmoralismus. Und der Gruppenmoralismus ist immer da. Mir ist das aufgefallen, ich habe mich sehr stark mit dem Thema Adipositas, Beratung von dicken Menschen auch da fokussiert und mich da auch weitergebildet und habe dann irgendwann gemerkt, dass die Datenlage, also das, was die Studien wirklich wissen, überhaupt nicht zu dem passt, was man dicken Menschen sagt, was sie tun sollen. Gleichzeitig habe ich gemerkt, dass dicke Menschen bis aufs Blut diskriminiert werden. Und zwar von vielen von uns, wir merken es nicht. Wenn Sie mal mit richtig dicken Menschen sprechen, vertrauensvoll, die sagen Ihnen dann, naja, wenn ich mit einem Eis an der Ecke stehe, dann kommt irgendjemand und sagt, kannst du das leisten? Dann kommt jemand anders und sagt, du bist schuld am Klimawandel, weil du bist zu faul zu laufen, du fährst im Auto. Also das ist wirklich ziemlich übel. Und was mit dicken Kindern gemacht wird, ist auch sehr übel. Die schickt man dann auf solche Absperngcamps, obwohl die Wissenschaft schon längst weiß, dass das nichts bringt, dass das nur Essstörungen produziert. Und ich bin mal angesprochen worden von der Stadt Marburg, ob ich mitmachen will bei einer Antidiskriminierungswoche gegen Gewichtsdiskriminierung. Da habe ich gesagt, okay, was haben Sie vor? Ja, wir schicken unsere Studenten, die Kunststudenten los, die machen Fotos von dicken Menschen, die in ungünstigen Situationen sind und das wird fotografiert, da machen wir eine Wanderausstellung und das geht dann durchs Land, um zu zeigen, wie diese Menschen benachteiligt werden. Das war dann die Aktion, wie war das? Schweres los. Die DRK war auch dabei und dann habe ich gesagt, okay, Sie machen eine Freakshow. Ja, zum Gruseln, dass man sieht, wie schlecht es dicken Menschen geht. Ich sage dann nicht mehr, entschuldigen Sie, aber es geht darum, ich sage dann nicht mehr, du fette Sau, ich denke es nur noch und sage, ach du arme, fette Sau, entschuldigen Sie bitte. Wissen Sie, wer der Sponsor war der Geschichte? Johnson & Johnson, die stellen Magenbänder her. Ja, da wird quasi dicke Menschen über den Umweg angeblicher Antidiskriminierung, sie so in die Depression getrieben, dass sie sich den Magen verstümmeln lassen, obwohl es keine Langzeitstudien dazu gibt, wie das funktioniert. Also Sie sehen, was wir gerade erleben, ist vorher schon passiert. Nur nicht in diesem Ausmaß. Und wenn in der Welt steht, ein wunderbarer Artikel in der Welt von einer Journalistin, die quasi ihre Empfindungen als Nichtgeimpfte beschreibt, als neue Paria und wie man mit ihr umgeht. Aber im dritten Satz schreibt sie, ja, da ist man im Lockdown, ist nur noch Fast Food und wird dick und fett. Dann ist das auch Gruppenmoralismus. Was ist Gruppenmoralismus? Da sagen die Evolutionssoziologen, das hat sich vererbt, weil der Mensch gelernt hat als soziales Wesen, dass er in der Gruppe stärker ist als ein Einzelner und dass er, wenn er überleben will, in einer starken Gruppe sein soll. Und die Gruppe wird stark, wenn sie sich eine Binnenmoral gibt, einen richtigen Gott glaubt, die richtige Hautfarbe hat, das Richtige tut. Und wenn die Nahrungsquellen knapp werden, bringt mich dieses Überlegensheitsgefühl, und das Nachbardorf gehört nicht dazu. Das sind dann die Untermenschen und das senkt den Tötungsgrubel. Gruppenmoralismus bringt Menschen dazu, den Nachbarn zu erschlagen und sich dabei gut zu fühlen. Und wir haben das immer schon gehabt, das ist nicht so lange her, der jugoslawische Bürgerkrieg, Ruanda, die sind die Nachbarn zu den Nachbarn gegangen und haben sie erschlagen. Das ist die Macht des Gruppenmoralismus. Und was ich glaube ist, dass dieser Gruppenmoralismus auch sich hier wieder breit macht. Wir hatten den Gruppenmoralismus im tausendjährigen Reich, zur Genüge ausgekostet. Und der ist nicht tot, der kommt in anderer Form wieder. Und diesmal über den Antifaschismus. Deswegen wird, ich denke, dass einige von Ihnen vielleicht es teilweise früher richtig fanden, Kritiker, die konservativ waren, so sind die Rechten. Aber Sie erfahren jetzt vielleicht selber, dass Sie plötzlich auch rechts sind. Dass Sie auch Nazi sind. Und das ist einfach, jetzt wird dieser Begriff ausgeweitet. Und was passiert beim Gruppenmoralismus? Letztendlich bedeutet das, dass sich eine Elite bildet, eine Moralelite, die letztendlich über das Thema Moral versucht, eine große Gruppe zu beherrschen. Und die, die dann nicht mitmachen, die sich nicht in diesen Moralismus reinversetzen lassen, die setzt sich unter Angst und Panik. Und die laufen dann mit aus Angst. Und wenn Sie die Leute in Angst und Panik versetzen, dann können Sie das psychologisch erklären, haben die keine Verbindung mehr zu ihrer Intuition, zu ihren Bauchgefühlen. Es müsste doch jedem auffallen, dass wir hier nicht sterben wie die Fliegen. Dass die Krankenhäuser leer waren. Und dennoch lassen sich die Menschen da etwas vormachen. Und manche finden auch Gefallen an diesem Gruppenmoralismus. Da kann ich mich überhöhen, indem ich andere herabsetze. Und dann ist immer wichtig, also der Gruppenmoralismus teilt ein in Sieger und Verlierer in Gesellschaften. Und die Sieger brauchen auch immer Symbole, wo sie sich von den anderen unterscheiden. Was passt da besser wie eine Maske oder ein Impfausweis? Damit kann ich sagen, ich gehöre zu den Guten, zu den Siegern und ihr seid zu den Verlierern. Das ist eine ganz archaische Kraft, die sich da auswirkt und die auch immer weitermacht. Gruppenmoralismus hört nicht auf. Und ich sage Ihnen eines. Wenn es gelingt, weil der Letzte einfach nicht mehr nachweisbar krank ist. Das wird uns im Moment nicht helfen. Es wird weitergehen beim Thema Klima. Ich weiß nicht, wie Sie dazu stehen. Aber auch beim Thema Klima ist die Wissenschaft inzwischen als Staatsreligion etabliert. Das macht dann der Gruppenmoralismus. Und die echte, rationale, kritische Wissenschaft ist abgeschafft. Und da geht es weiter. Es geht immer weiter. Bis zur Katharsis. Bis der Krug gelandet ist. Weil der Gruppenmoralismus hat nämlich noch einen anderen Effekt. Er hat sich ausgebreitet. In den Landratsämtern, in den Institutionen, überall sitzen Leute, die nur noch über die Moralkarriere machen. Nicht über Fachwissen. Und wenn die Chefs so drauf sind, dann fürchten sie eines wie den Teufel. Das ist Kompetenz. Weil Kompetenz entlarvt den Moralisten. Der holt ihn auf den Boden der Tatsache runter. Der sagt, Elektroauto, moralisch besser. Wie war das nochmal mit den Lithiumbatterien und den Kindern in Chile? Tausend Beispiele. Die Welt ist nicht so einfach gut und böse. Die ist komplex. Es gilt Verantwortung zu übernehmen und abzuwägen. Zu streiten. Nach den besten Argumenten zu suchen. Und das ist das, was den Westen eigentlich auch stark gemacht hat. Dass wir das mit leider großen Brüchen immer wieder geschafft haben, doch die guten Lösungen auszudiskutieren. Und auch erfolgreich. Alle Menschen, wenn es immer heißt, wir sind die großen Rassisten, wir sind die alten weißen Männer, wir sind die schlimmsten überhaupt auf dem Planeten. Ja, warum kommen denn dann alle Menschen, die diskriminiert werden, wegen ihrer Sexualität, wegen ihrer politischen Meinung, warum kommen die denn dann zu uns? Sie sehen, ich schweife ein bisschen ab, aber ich glaube, das ist der Kern der Sache. Und wir müssen diesen Gruppenmoralismus überwinden. Und das wird nicht einfach werden, weil zu viele Leute sich zu wenig anstrengen müssen, um in ihren fantastischen Positionen zu bleiben. Gut bezahlten Positionen. Und das wird nicht einfach werden, das sage ich Ihnen. Und das wird mit Corona nicht aufhören. Das wird weitergehen. Und deswegen müssen wir für das eintreten, was uns stark gemacht hat. Was uns zu einer Gesellschaft gemacht wird, mit den vielen Freiheitsrechten. Mit einem Wohlstand, mit dem viele erreichen, den wir gerade gefährden. Mit Gesetzen, die funktioniert haben, auch nicht gerade gut funktionieren im Moment. Und das bedeutet, wir müssen zu dem zurück, was uns stark gemacht hat. Und das ist die offene, freie, angstfreie Debatte. Und, und jetzt kommt es, die müssen wir uns verdienen. Das kriegen wir nicht geschenkt. Demokratie, Aufklärung ist kein Schlafwagen. Und sie ist auch nicht perfekt. Aber wir müssen dafür eintreten. Und Sie, heute, wir alle, treten heute dafür ein. Wir sagen unsere Meinung und wir fordern diese Diskussion ein. Wir sind 300 vielleicht geschätzt. Ein bisschen wenig für Mannheim. Vielleicht werden es mehr werden. Weil eines ist nämlich auch klar. Und das ist so sicher, wie das, na das Arme in der Kirche ist auch nicht sicher. So sicher, wie Herr Lauterbach die nächste Katastrophe anmeldet. Sagen ihm bloß nicht, dass manche Meteoriten auch auf die Erde fallen. Nein, was ganz klar ist, Inkompetenznetzwerke fallen irgendwann in sich zusammen, weil sie, die guten Leute, die kritischen Leute, werden in Lager gesteckt, anstatt dass man auf sie hört. Das war immer so gewesen und es wird diesmal auch passieren. Die Frage ist nur, welchen Preis werden wir dafür bis dahin zahlen. Und deswegen ist das, was hier heute passiert, genau das Richtige. Und eine Sache noch. Wir dürfen selber auch nicht in einen Gruppenmoralismus verfallen. Ich habe neulich bei einer Internetdiskussion teilgenommen, was ich normalerweise jetzt nicht in dem Umfeld tue, aber ich kenne die Beate Bahner schon sehr lange. Sie ist eine sehr fähige Rechtsanwältin. Ich kenne sie 20 Jahre, sie schreibt tolle Bücher. Aber sie ist halt sehr engagiert. Und in dieser Runde, das war Bittel TV, ich wusste nicht, wer das ist, aber das ist, wie auch immer, da war auch Herr Bakti dabei. Und dann ging es los. Und dann sagte Herr Bakti, ja, er hat Freunde in Israel, auch Holocaust-Überlebende. Und was mit dem Impfen gerade passiert, die sagen, das sei wie ein Holocaust. Nein, bitte das nicht. Warum? Das weckt, weil das auch wieder diese moralistischen Kräfte weckt. Und dann sagen wir auch zu Leuten, die sich in diese Angst begeben, die denken, dass sie mit der Impfung gerettet werden, was natürlich total Nonsens ist, dass das Nazis werden. Dann stehen zwei Nazis gegenüber und sagen sie, dass sie Nazis sind. Das wird uns nicht weiterbringen. Wir müssen bei der Vernunft bleiben und wir müssen bereit sein, diejenigen, die langsam aufwachen, die langsam auch merken, der läuft was schied, auch freundlich denen zu begegnen und mit denen die Diskussion anzufangen und sie nicht auch in eine Ecke zu stellen. Da müssen wir besser sein. Und deswegen bin ich auch hier, weil die Leute, die das hier organisieren, das ist genau denen ihre Geisteshaltung. Das finde ich toll. Auch in diesem, jetzt könnte ich eigentlich mal Danke sagen. Ja. Ja, an euch. Kommt doch mal her. Martin, wo ist er? Achim. Herr Kupferschmidt. Da ist er. Also wenn ich es richtig sehe, ihr zwei seid diejenigen, die das hier macht. Da gehört Mut dazu, Ausdauer. Und das ist Demokratie. Und wisst ihr was? Mannheim Heidelberg hat da keine schlechte Geschichte. In Heidelberg ist der Hauptstraße, ist die Volksbank. Das war früher der Badische Hof. Da wurde die Paulskirche erdacht. Ja, von badischen Revolutionären. Also es hat hier eine gute Tradition. Vielen Dank, dass ich hier reden durfte. Ich wünsche uns allen viel Mut und irgendwann wird es passieren. Applaus 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 Das war Doktor Med Gunter Frank auf der Demo der Offenen Gesellschaft Kurpfalz.